Die YouTube Autoplay-Funktion. Was macht man damit und vor allen Dingen, wie steuert man diese? Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. YouTube hat eine sehr schöne Funktion und zwar die sogenannte Autoplay-Funktion. Diese könnt ihr zum Beispiel aktivieren, indem ihr ein Video startet und an den rechten oberen Bildschirmrand navigiert. Hier findet ihr einen Schalter, legt diesen einfach um und schon habt ihr Autoplay aktiviert. Autoplay bedeutet für euch, wenn ihr jetzt ein Video gestartet habt und das Video kommt zum Ende, wird einfach ein neues Video für euch ausgewählt. Dieses macht YouTube auf Basis der Videos, die ihr schon geschaut habt und auf Basis des Videos, was ihr gerade eben schaut. Somit versucht YouTube herauszufinden, welches Video euch als nächstes gefallen könnte und spielt dieses als nächstes ab. Ist Autoplay aktiviert, habt ihr hier einen kleinen Timer am Ende eines Videos. Dieser zählt herunter, hier habt ihr einen Abbrechen-Button. Diesen könnt ihr nun kurz betätigen, um zum Beispiel das nächste Video zu stoppen oder am Starten zu hindern. Betätigt ihr diesen Button nicht, wird nun das nächste Video gestartet. Dieser Prozess wird nun unendlich fortgesetzt, bis ihr den Autoplay-Button einfach wieder deaktiviert und somit die Autoplay-Funktion wieder abschaltet. Und übrigens, die Autoplay-Funktion ist auf mobilen Geräten standardgemäß immer aktiviert. Um hier die Autoplay-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, sucht ihr den Abschnitt nächstes Video und hier findet ihr den Button für Autoplay. So, damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Hat euch mein kleines Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ihr könnt natürlich auch gerne meine Webseite besuchen, dort findet ihr auch meine anderen YouTube-Kanäle. Ich sage nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.